Moin Pyros, heute für euch im Test mal wieder was aus dem Hause Agento. Im Kaliber 25, 10 Schuss hat sie und knapp 140 Gramm NEM. Das ganze Schätzchen brennt ca. 20 Sekunden und sah in dem Produktvideos sehr geil aus. Sehen wir uns wieder im Test von der Hanami. Hanami Agento. Jo, geht los. Jo, geht los. Jo. 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 Bis zum nächsten Mal.